Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Runde 7 days to die! Beim letzten Mal wär's ja beinah schon soweit gewesen. Dann hätten wir unseren ersten Death eingefahren. Das konnte ich gerade soeben noch abwenden. Das war ganz knapp mit den ganzen Zombies und der Hundehorde, wo ich da auf dem Dach rumgelaufen bin. Bin dann glücklicherweise noch weggekommen. So, dann haben wir diese Schatzkarte gefunden. Und damit legen wir jetzt hier los. Wir suchen jetzt hier mal den Schatz. Ist natürlich jetzt, äh, oh god. Das ist, äh, mit einer Steinschaufel. Äh, sehr mühsam. Gucken wir einfach mal, ob wir Glück haben. Vielleicht liegt's ja in der Mitte. Ja, aber da seh ich noch keine Kiste oder so. Nja, da kommt ein bisschen Arbeit auf uns zu. Aber naja, den Leben können wir halt auch super gebrauchen. Na, ich hatte's ja glaub ich letzte Folge schon erwähnt. Und in, äh, Alpha 11 hatte ich, äh, Alpha 11, das war, äh, Empirion. Ich spiel halt diese beiden Spiele gleichzeitig und komm da immer durcheinander. Auch hier mit E und F-Taste. Äh, hier ist Öffnen E und bei Empirion ist es F. Äh, ne, ich mein natürlich Alpha 18 in, ähm, Seven Days to Die. Da hab ich am Anfang so'n Glück gehabt. Ziemlich schnell Pistole gefunden. Ganz schnell ne Eisenschaufel gefunden. Eisenfeuer-Axt und so. Was war das? Da hinten dümpelt auf jeden Fall einer rum. Eieiei, das kann ja echt ewig dauern. Aha, du nährst dich dem Schatz. Äh, das ist schön. Und ich bin hungrig, ich hab nix mehr, ne? Alter, ne, ich hab absolut gar nichts mehr. Schatz, wo bist du? Ich hab Hunger, ich muss hier weg. Immer noch nix von der Kiste zu sehen. Tja, ist auch die Frage, ich weiß halt nicht wie weit runter. Wo ist mein Schatz? Der ist immer noch nix. Na, ein bisschen nach da. Mal gucken, dass ich hier noch ordentlich rauskomme. Falls mich irgendwas detect. Bis wohin geht denn hier dieser Kreis? Bis da. Aha, du nährst dich dem Schatz. Na, du gehst die Ausdauer weg. Da holen wir uns noch mal in den Tee rein. Dann müsste das mit der Ausdauer gleich besser laufen. Deine Bohr, das ist schon mal. Monat ist los. Aber dann, wenn ich das mit dem Klinikatz noch machke. Dann kann ich das hinzuhalten. Dann kann ich das mit dem Klinikum geben. Inhalts, dann könnte ich das nicht mehr. Dann können wir das mit dem Klinik zuschliereben. Und dann bin ich das mit dem Klinik. Dann sind wir noch nicht mehr auf diese Klinik. So komme ich nicht raus ich wollte mal gucken ist das hier das was ich schon gelootet hatte ja Also bis hier geht das So jetzt ist die Frage das ist Stein ne? Ist er noch tiefer? Oder ist er eher dort? Du nährst dich dem Schatz So Tja, ich wüsste zu gern, ob ich weiter nach unten bin. Oh, schon wieder kaputt. Oh, der ist Stein. Der ist auch schon ein Stein? Da hab ich wirklich keinen Bock das auf den Kopf zu kriegen hier. Okay. Aha. Naja, ist nix zum Looten. Ist das jetzt, das ist enger geworden, ne? Ja, das wird kleiner. Aha. Na, ich hoffe mal, da ist auch was zu essen drin. Das kann ich gut gebrauchen. Aber noch nix zu sehen. Oh, ist dunkel da drin. Der ist schon fast da. Ach. Den werden wir ja mal weg machen. Ah, das muss einmal dauern. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Die Ausdauer ist weg. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Da haben wir das. Oh. 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 Oh, 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 oh. 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 Ja. Ist schon wieder Stein? Ich brauche hier unbedingt zwei Wege raus, falls mich hier ein Zombie überrascht. Ich muss doch irgendwo in den anderen Gang kommen, oder nicht? Kommt schon, der nächste. Boah, da hier mal wegdreht der Sack. Wie der anderen Pfeil auch. Oh, der ist schon deutlich kleiner. Und schon wieder kaputt, das gibt's sogar nicht. Ich muss mich reparieren. Aha, ich näher mich angeblich wieder. Ja, die ist schon ziemlich klein, das Ding. Hm. Hm. Der wohl doch hier unten drunter ist. Stein. Alles Stein. Ja, ich werd wohl nach unten müssen, ne, weil, äh, hier ist ja nix mehr. Guck mal nochmal in der Ecke. Stein. Stein. Gibt's die eigentlich auch als... Ne Stein, Spitzhacke gibt's nicht, ne? Tja, 30 geschmiedetes Eisen. Tja, äh, mit der hier ran war. Ei, 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 das kann natürlich dauern. Nur mal 20. Wie sieht's mit der Schaufel aus? Zehn. Ah, ist sie, da ist sie doch. Hä? Hä? Ach, ne. Ah, ich dachte, da wär was zum Looten. Hacken wir nochmal hier lang. Hier ist der Kreis auch noch. Vielleicht ist er ja in der letzten Ecke hier vom... Kreisohr-Einstein. Wollt's wieder kaputt. Däp, ich muss mal kurz ihn spawnen. Hm. Vielleicht ist deswegen hier auch überall Stein, weil da der Schatz ist. Stein. Da ist sie! Da ist der Schatz! Ähm. Muss ich den kaputt hauen? Ähm. Muss ich den kaputt hauen? Ich komm immer noch nicht ran. Warte mal, das ist jetzt wieder... Erde? Welche Erde hast du jetzt weggemacht? Äh. 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 Da kommt er! Ist dir bewusst, dass ich hier einen Schatz suche? Oder eben auch schon gefunden habe? Ich komm nur noch nicht ran. Da ist er mit seinen 6000 auch... Super heftig! Super heftig! So! Auf jeden Fall ein aufgestiegen! Sehr schön! Da ist jetzt die Frage, alter. Soll ich den kaputt hauen? Das ist doch da ewig. Komm mir nicht ran. Soll ich das wirklich machen? Es ist 12 Uhr. Wollen wir aber schon wieder ausruhen? Ja, es gibt's so gar nicht. Das ist jetzt die Frage. Ich hab halt mit diesen Dietrichen noch keinen Skill. Äh. Mehr überlegen, ob ich zurückrenne und den Dietrich hole, aber... Äh. Achso, ist schon wieder kaputt. Und was ist mit dem hier? 53? Da macht er mehr mit weg, ne? Da macht er nicht mehr mit der Steine zu 15? Ja. Und damit macht er 27. Und das Doppelte also. Verbraucht er nicht mehr mit weg, ne? Das ist aber viel mehr Ausdauer. Und schlägt nicht mal ansatzweise so schnell. Wollen wir schon wieder ausruhen? Das gibt's doch gar nicht. Ey, brech hier zusammen. Kommt ja ein Zombie nach dem nächsten. Das ist ein Kriecher oder was? Ah ja, da unten. Kommt da. Ach, hier nicht genug Ausdauer. Der Anfang ist hier echt ganz schön schwierig. Der I server Dön. Kommt bestimmt gleich der nächste. Kommt bestimmt gleich der nächste. Er hat mal die erste Tausend geschafft. denn habe ich hier vergessen die uhr zu stellen da nichts mehr irgendwie da nichts zu trinken nicht zu essen ich bin mir ziemlich sicher dass es mit der stein absteller geht denn nur doppelt so schnell schlägt macht daher mit zwei schlägen mehr weg wieder hammer mit einem und die ausdauer hält länger aber das ist ganz cool hier mit diesem du näherst dich dem schatz also das ist nice gemacht und kriegt man nicht mehr so viel sinnlos rum obwohl es eigentlich sinnloses graben in seven days die da ja auch gar nicht gibt weil man kann ja alles gebrauchen von daher lohnt sich auch über jedes graben eigentlich ja sorry leute dass es hier vielleicht dann ist langweilig wird wenn ich mir den schatz gönne aber ich brauche irgendwelche sachen ich hab nichts da kommt ausdauer bewegt dich mal ein bisschen schneller da oben ich hab das ja in alpha 18 ein bisschen ausprobiert mit diesen dietrichen und da hatte ich halt noch keinen skill gelevelt das macht gar keinen sinn die gehen alle kaputt naja vielleicht schaffen wir ja bis 15 16 uhr dann schnellstens was zu fudern besorgen aber ich hoffe ja auf eine hühnchenration oder so in diesem schatz so das war jetzt die hälfte aus der uhr aber leider wieder weg ja wie sagt man so schön aller anfang ist schwer und wieder kriegt man dann auch mal ein eisen ach ja 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 ich teste das jetzt mal für 500 aus ausdauer erstmal voll machen boah das dauert auch so lange so 14 uhr 20 legen wir los dann gucken wir uns mal wie schnell wir die 500 wegkriegen ganz ehrlich bräuchte ich weiter testen das sehe ich selber so das geht hiermit deutlich schneller schon alleine viel länger herrn kann bis die ausdauer weg ist ja du bist sehr hungrig ich weiß ich leg halt alle meine hoffnungen in diese kiste weil das haus was ich looten wollte wurde mir ja durch eine hundehorde vermiest oh jetzt haben wir schon nur noch 76 schon wieder kaputt na krieg das mit der ausdauer noch auf 1000 ich hoffe mal ich hoffe mal naja fast guck mal da fülle die doch mal ein bisschen auf hier wir haben hungrig und passt auf ey gleich nur scheiße drin das wäre es echt hier so ein stun batten oder wie das heißt ey anstatt eine pistole nichts zu fressen nein mal müssen wir wohl noch verschnaufen und entspuren jippie wir sind drin das war ja gar nicht einfach es gibt natürlich nicht zuerst aber 7332 kröten und auch keine waffe sondern nur munition ey ja ich glaube wir müssen zum trailer ey sonst erstmal was gutes kaufen äh warte mal hier ging es raus so kaum noch ausdauer hab ich noch federn ja 48 sehr gut äh da machen wir uns doch gleich nochmal ein paar pfeile so ich schaufeln erstmal austauschen so jetzt wollen wir mal hoffen dass wir unterwegs irgendwie noch einen Hirsch oder so finden die goldroute äh da ist goldroute äh da ist noch eine äh da ist noch einmal ähä ich denke äh soll wenn du dann das geht äh dann PREPARE Ä webinar wir oder dann noch ein paar Nester suchen auf dem Rückweg Pfeiler haben wir gleich 71 da ist zum Beispiel eins eine läppische Feder wahrscheinlich weil das Ei drin war nehmen wir nochmal Nitrat und das ist Kohle, ne? ey, dann müssen wir uns die natürlich markieren, das ist eine Nitrat-Kohle-Mine Nitrat Nitrat-Kohle-Mine 1 oh, ne, das geht nicht dann machen wir Nit-Koh-Mine 1 so warte mal, ist mal Müll ist ja immerhin möglich, das ist auch irgendwas zu fressen Alter, hier wuch bekämpfefeuer mit Feuer die Feuereffekte von Brandwaffen wie Fackeln brennen 10% länger sehr schön lesen gibt auch gleich Erfahrung was war das? war das mein Magen? ey, was haben wir da? Tja, wir haben auch schon jetzt ganz gut Eier oh, ist das ein Herrenhaus oder wat? ähm, kriegt das noch gelootet? da muss halt auch aufpassen wenn die das Auto kaputt hacken, dann explodiert das bin ich auch schon mal dran gestorben oh, oh, wie ein brutal Lugger wenn wir da im Dorf ankommen, da läuft aber auch noch also, ich hoffe eigentlich mal nicht, ne? das war doch der Bär und Berg-Löwe oder was das auch war du scheiße, ich brauch Futter äh, Topf wär so geil warte mal äh, Mist, hab ich schon wo könnte ich denn hier mal sagen wir mal so, äh, relativ gefahrlos looten? wahrscheinlich nirgendswo alter, leck ja, durstig bin ich auch Eieieiei, sieht alles nicht so gut aus hier war, glaub ich, irgendwo gleich der Bär ach nee, noch ein Stück weiter wie, vielleicht irgendwie eine Feuerstelle draußen oder so? ey, sie hat nen Motor ach, warte mal, da ist ja das Warehouse ja, da müssen wir da, wenn wir nix zu fudern finden müssen wir wohl da mal rein neul, da sind der Bär und das andere Vieh gewesen aber wahrscheinlich, weil ich ja runter bin aus dem Game sind die wahrscheinlich wieder weg so, und wie gesagt, das ist mir hier ein bisschen zu heiß irgendwas Slipper-mäßiges hier? nö tja, wir haben auch nur noch ein Fleisch der Trader ist hier doch um die Ecke, ne? da krieg ich doch Futter na, warte mal äh, da ich dafür noch keine Kiste habe, sammle ich Munition auch erstmal hier hier meine Kohle und so und mein Block aber das ist nämlich schon 7, 6, 2 ne, warte mal die nehme ich mit wegen Wasser Kohle Blei Scheiße, Eisen nehm ich ja mit fürs neue Knochenmesser Donner-Büchsen-Munition hätten wir auch noch am Start Schaufel brauche ich erstmal nicht äh, ich würd mal sagen, äh, ich lauf mal zum Trader wo war denn der? hab ich mir natürlich auch wieder nicht markiert aber es ist, glaub ich, der hier, oder nicht? äh oder der die beiden sind eigentlich die einzigen, die so groß sind, dass das sein könnten kurz mal glotzen, ob ich seine Fahne sehe? die ja, was haben wir denn hier, direkt vorm Haus? Das ist doch so ein Grill. Und da drüben ist der Hund. Los. Knochen. Ist das euer Ernst? Wieso Knochen? Tja, oder doch hier? Ich laufe jetzt hier mal die Straßen lang. Wenn wir den looten. Tatsächlich. Na, Steinachs. Die hab ich aber schon. Oh, aber wieder ein Buch. Mit viel Schwung lande mit dieser Methode einen Volltreffer. Verursache 10% mehr Schaden mit Knüppeln. Ja, das ist sehr gut, weil wir ja im Moment noch bei Knüppeln sind. Äh, ich kann halt leider auch die Fahne vom Trailer nirgendwo sehen. Na, Zombie. Ich hab jetzt keinen Bock drauf. Na, hab ich schon. Über 19 Uhr, ey. Wo war denn hier nochmal dieser verfickte Trailer, ey? Laufen wir mal da hin. Dass ich mir die auch immer nicht markiere. Hey, was haben wir da? Ja, hab ich schon. Ja, hab ich schon. Oh, was haben wir denn da? Fetts Food. Das hört sich doch quasi erst mal gut an. Badehaus. Verdammte Nerd, wo ist denn dieser Trailer hin? Verdammte Nerd, wo ist denn dieser Trailer hin? Ist er das? Ah, hier gibt's dann auf jeden Fall wieder Wildschweine drin. Denk ich mal. Ja, das ist er. Aber hat er überhaupt noch auf? Er hat noch auf. Hey, Bob, alles klar? So. Fuder, fuder, fuder. Äh, da. Äh, nee, Quatsch. Da. Ne, so einge... Ich hab mein Geld nicht mitgenommen. Ich werde so blöde, Alter. Wann macht er zu? Scheiße. Ey, wieso hab ich mein Geld vergessen? Äh, jetzt markier ich mir den hier auch. Oh-oh. Ich weiß nicht, hat der nicht bis 10 auf? Ich glaub, der hat bis 10 auf. Ja, dann ist wieder Karls Korn auch nebenan. Äh, das wär ne gute Chance, äh, um an Futter ranzukommen. Vor allem, ich hab auch noch keinen Wasserturm gesehen. Da müssen wir wahrscheinlich für Wasser wieder zum Fluss rennen, ne? Weil da zum Pool geh ich erstmal nicht. Den Hund hab ich nicht umgelegt. Das heißt, der wird da auf jeden Fall noch, äh, rumhängen oder eben, er wacht neu, wenn ich wieder hängen renne. Ja. So, und wieder zurück. Ich hoffe, er hat noch auf. Ja, ich weiß, ich habe brutal Doga. Was ist die Tasche? Ne, in den Stahl. Ich weiß, ich habe eigentlich keine Zeit, aber wenn ich schon mal dran vorbeiläufe, muss ich auch mitnehmen. Gears? Das ist halt auch immer mit der Ausdauer heftig. Was bin ich denn eh für einen Umweg gelaufen? Tja, noch schalte auf zu sein. Tür ist doch offen. Also ich denke mal, bis 10, glaube ich. So, wenn ich auch kein Wasser mehr habe, gibst mir erst mal Wasser. Ja, das hoffe ich auch mal. Aber du hast ja hier nur Wasser. Eins. Nicht zu viel Wasser, bitte. Ach, das sind die zum Vermieten, zur Vermietung. Denn ich sonst auch so immer noch irgendwo welche... Ach, da, 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 da. Schnell, ob man Hühnchen gekauft, schnell, ob man Tee gekauft. Oh, jetzt muss ich raus. Hühnchen rein. Tee rein. Warte mal. Darf ich nochmal rein? Stimmt, weil es nur eine halbe Stunde ist. Ey, da warst du einen Topf. Hier auf jeden Fall nicht. Da auch nicht. Hier auch nicht. Ah, der setzt seinen dann direkt raus. Habe ich noch nie mitgemacht. Oh, oh. Sieben Minuten. Da war ich schnell nach Hause, Alter. Es ist Nacht. Und war klar, da hinten steht ein Zombie. Na, ich schleiche jetzt halt extra, damit die mich nicht sehen. Ich glaube, ich gehe aber lieber hier lang. Wenn da ein Zombie ist. Wenn wir den Hammer nehmen. Ja, da läuft natürlich auch einer rum. Oder ein Fetti. Oder? Oder? Oder eine Fetti. Ey, ich habe richtig Schiss. Das gibt es gar nicht. Ja, wir nähern uns zum Glück unserer Hütte. Wenn wir laufen müssen, vielleicht schaffen wir es dann mit unserer Ausdauer. Oh, oh. Man macht doch nicht solche Geräusche. Ich habe sowieso schon Angst. Weil das Spiel ist auf jeden Fall nicht das gleiche, wenn die Null nicht mehr steht. Als wir das noch früher mit mehreren Leuten gespielt haben. Also, wenn denn die Leute gestorben sind irgendwann mal, dann waren die noch ein paar Mal da und dann hatten sie dann irgendwann keinen Bock mehr. So, ihr Zombies, lass mich in Ruhe. Ich laufe jetzt. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Äh, Home-Sweet-Home. So, da sind wir wieder. Ein Wasser haben wir auf E-Tash. Das ist natürlich nichts. Das sind Juckasamen. Immer noch über 7.000 Kröten. So, erstmal alles ablegen, was wir erstmal nicht brauchen. Die Bäuerhäuser erstmal nicht. Ich baue mir auch ne neue. Das wird mir hier zu unübersichtlich. So, dann kommt hier das alles raus. Ach ne, Sam nicht. So, und aus der Kiste. Nehmen wir mal Werkzeug. Ne, wir haben auch noch Kohle. So, bis auf den einen Knochen. Ich für mein Knochenmesser brauche. Legen wir die erstmal ab. Da, es gehört auch zu Werkzeug. Hier, Klamotten. Ah, Motor. Packen wir doch auch nicht rein. So, Schießpulver. Genau, das packen wir doch auch mit hin. Das ist ja Munition. Äh, 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 äh. So, Kohle in die Ecke. Werkzeuge auf die Seite. Ja, Grundmaterialien packen wir da oben hin. So wie Schießpulver zum Beispiel. Ja, fertige Muni hier. So, bauen wir dann ja noch die Seite. Und, äh, Motor auch. Und Klamotten erstmal da hin. So, wir müssen nächsten Tag auf jeden Fall wieder Wasser holen. Äh, wo war ne? Da. Und hier genau. Hier ist ja auch das Haus, was wir schon mal so ein bisschen angefangen haben zu looten. Da würde ich ja sagen, dass wir das den nächsten Tag wieder in Angriff nehmen. Aber komm, warte mal. Wenn wir so rennen, können wir ein bisschen was aufklären. Ach, ich nehm direkt das Haus so. So, dann laufen wir hier so schräg durch. Kommen wir am Wasser sowieso vorbei. So, war hier noch irgendwas abzugraden? Ne, das hatte ich alles schon, ne? Äh, kann ich mir eigentlich noch ne Fackel machen? Hab ich schon ein bisschen fett gesammelt? So, wie war das mit Fackeln? Kann man ja auch hier oben eingeben. Da ist sie. Tierfett, Stofffetzen und Holz. Also, äh, brauchen wir noch Stofffetzen. Ainen. Da nehmen wir uns nämlich auch immer eine Fackel mit. Falls es zu dunkel wird. So, und ich hab jetzt auch vorhin in den Einstellungen mal, ähm, den Bereich vom Bett. Der war nur 15. Den hab ich jetzt mal auf 30 gestellt. Na, mal gespannt, wenn wir irgendwann dieses Gebäude gelootet haben. Ob die, äh, Sleeper dann auch wegbleiben. So, und die Fackel ist fitsch. So, aber ich, äh, kann jetzt hier nichts Großartiges machen. Und, äh, die, die Alpha 18 geguckt haben, die wissen, ich riskiere das hier nicht. Jetzt ohne Waffen draußen rumzurennen. Später im Game natürlich schon, aber jetzt am Anfang nicht. Deswegen mach ich jetzt hier einen Cut. Wir sehen uns gleich. So, die Nacht läuft's mal noch ein bisschen. Aber wir legen hier schon mal los. Denn ich hab mich mal umgeguckt. Wir haben ja einen Punkt bekommen. Und ich brauch jetzt hier unbedingt den Chefkoch. Damit ich halt, wenn ich einen, äh, Topf und einen Grill finde, äh, dass ich halt zumindest mal Speck mit Eiern, dann gekochtes und gegrilltes Fleisch, gebackene Kartoffeln, Mais, Brot, Tee und Kaffee machen kann. Und wir kochen dann gleich ein bisschen schneller. Zack, den haben wir uns mal gegönnt. So, wie sieht's hier mit der Ausrüstung aus? Äh, ja. Wie gesagt, die füll ich gleich mal mit Wasser. Auch wenn ich das jetzt hier auf dem Herd nicht gefunden habe. Also, früher ging das. Früher konnte man sich die Dosen hier auch voll mit Wasser machen. Und wenn's halt nicht gehen sollte, dann, äh, scrappe ich die halt. So, Eisen findet man ja immer wieder unterwegs. So, und jetzt hat sich hier auch der, der Goldruten-Tee und der Kaffee und das, der rote Tee freigeschaltet. Juckersaft können wir direkt machen. Brauchen wir nur einen Krug und zwei Früchte von. Also, wenn wir das finden, das ist ein, äh, sehr geiles Getränk. So, und hier ist ein bisschen, äh, Essen jetzt frei, ne? Speck mit Eiern, Maisbrot, gekochtes Fleisch, gekochter Maiskolben, gegrilltes Fleisch und ne gebackene Kartoffel. Äh, nur, äh, wir haben halt nichts. Könnten hier ein bisschen schimmliges Brot essen. Durchfall 12% Chance. Was ist denn das hier? Durchfall 0, Nahrung 4, aber minus 2 Gesundheit bei dem Schimmlingbrot. Und das war das alte Sandwich. 26 Eier, das ist eigentlich schon mal ziemlich nice. Boah, Alter, Mist, der hätte ich schon ein bisschen eher loslaufen können. So, wo ist unser Ziel? Doch. Natürlich unterwegs immer wieder Nester suchen und es ist schon der fünfte Tag. Was haben wir denn da? Ähm, wir sollten natürlich auch so langsam dann uns auch noch auf die Blood Moon Knight vorbereiten. Also muss ich auch ordentlich Holz sammeln für die Piken. Das finde ich, muss ich ehrlich sagen, haben die Funfilms auch geil umgesetzt mit diesem Laufen und, äh, dass er dann so durchatmet und so. Also, nice gemacht. Also, überhaupt, ich bin mit der Arbeit von denen extrem zufrieden. Ich werde immer wieder von Freunden gefragt. Äh, das ist ein Dessy. Spielst du schon seit 2013? Das ist immer noch eine Alpha. Das ist doch scheiße. Äh, ganz ehrlich. Das ist nicht scheiße. Äh, das ist voll geil. Weil, äh, ein Game, was man gerne spielt, seit 2013 immer weiterentwickelt wird. Das ist, äh, ich finde das Hammer. Da ist das Wasser. Komm, wir unterwegs mal schon mal einen Baum mitnehmen. Äh, wenn wir endlich mal das letzte Leder kriegen könnten. Weil, äh, Lehm haben wir genug. Steine müssten wir, glaube ich, auch schon genug haben. Rohre hatten wir, glaube ich, auch noch nicht genug. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, da könnte man, äh, irgendwie ein kaputtes Auto auseinanderschlagen. Da könnte es sein, dass man Rohre bekommt. Juhu, Wasser. So, die haben wir full. Achso, nee, warte mal. Das wollte ich auch noch ausprobieren. Und, geht das noch? Geht's, wenn man einen nimmt? Nein, das geht nicht mehr. Dann, äh, können wir die auch zerlegen. Also, bloß auf jeden Fall die Binden ein. Da hinten ist das Haus. Wat war dat denn hier? Ui! War hier eine Serie, oder was? Zack, gleich nochmal einen Baum mitnehmen. Tja, und ich bin echt geneigt. Meine Zombie-Falle beim letzten Mal hatten wir, also in Alpha 18, hatten wir ja richtig Glück, ne? Da war hier so ein abgesenktes Haus in unserem Dorf gehabt. Und das war natürlich perfekt, um ne... Achso, ist kaputt. Um ne Zombie-Falle aufzubauen. Also, sie mussten ja immer erstmal in diese Senke rein. Da hatte ich dann schon Pieken und so. Das war schon nice. Ich hatte auch noch gar nicht großartig richtig gute Pfeilen. Sondern nur einen, äh, Elektrozaun. Ähm, drei von diesen Robotiktüren. Und dann diese Stahlpieken. Und das war's schon. Kein Shotgun-Tower, kein MG-Tower. Und natürlich, meine Lieblingsfalle hatte ich halt auch nicht. Oh, da wär wieder ein Hase, ey. Der war knapp daneben. Der war zu kurz. Eigentlich töt ich auch Hasen nicht so gerne. Aber jetzt seh ich nicht mehr. Das find ich halt voll komisch. Das ist doch ein Bug, oder nicht? Ich hab jetzt den Bogen in der Hand. Und die Ausdauer geht immer weiter nach unten. Da müssen die Funpimps aber nochmal nachbessern. Ob ich den mit Laufen erreiche? Da ist ein Huhn! Das will ich auch mal ausprobieren. Oh, jetzt ist aber meine Energy weg. Aber das will ich unbedingt mal ausprobieren. Was der jetzt für einen mitkriegt, wenn ich ihm da mit eingebe. Tja, auf jeden Fall hat er mich leider gehauen. Alter, der ist aber direkt down! Okay. Ich fand den Hammer immer scheiße, weil er halt so langsam schlägt. Und weil man damit auch so langsam läuft und so. Aber Alter, der Hammer, der haut so gut rein, ey. Was? Ich wollt's nicht sagen. Ob die mir auch gleich einen mitgibt? Würde ich weiter ausprobieren, den mit dem Hammer. Bin ich auf jeden Fall nicht sofort down. Hab ich den so geil am Kopf getroffen? Ist er jetzt down? Nö. Immer noch nicht? Den muss ich einfach nur super geil getroffen haben. Ey, die sind dann auf jeden Fall mit dem Hammer immer gleich gestunt. Das ist natürlich nice. Neue Anfangs-Lieblings-Waffe. Neue Anfangs-Lieblings-Waffe. Nögen wir hier Nester? Hier kommt der Typ mit dem Hammer. So, bin ich mal gespannt, ob hier vorne schon wieder ein neues Slipper rumliegen. Wir waren ja schon relativ weit. Ob da was hinter ist? Naja. Oh, das ist tatsächlich noch. Und da liegt auch was. Ey. Ey Mann, wie komm ich da ran? Ey Mann, muss ich mir jetzt extra einen Woodframe bauen oder wert? Naja, immer gar nicht so schlecht, wenn man ihn dabei hat. Naja, er hat. Munition. Ich mein, immerhin, ne? Gut, dass wir das weggebrockt haben. Äh, da guck ich mir gleich noch mal ein bisschen, ob wir noch irgendwelche Lüftungsschächte sind. So, kann ich hier schon mal sehen? Aha. Der liegt auf jeden Fall was. Da ist ein Lüftungsschacht. Da ist ein Lüftungsschacht. Wir sind ja im letzten Mal irgendwie nicht weitergekommen. Aber ich glaube, in dem Raum hatte ich auch schon alles gelootet, ne? Aha, ich gebe so inzwischen. Dach. Und was haben wir da? Einen Rucksack. Der ein bisschen mufft. Muffiger Rucksack. Ist da noch mehr? Sieht nicht so aus. Was war das? Ey, ihr hättet mich voll erschrocken. Zombie Terror geht los. Wir werden mal einen mitgeben. Oh nein. Jetzt läuft die. Lass mich in Ruhe. Läuft die immer noch? Jetzt nicht mehr. Oh nein, 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 nein. Da war die Ausdauer weg. Ich bin nur noch 69. Ich werde mal meine Schmerztablette nehmen. Ah, die Hammer. So spart man also Pfeile, ey. Das ist sehr gut zu wissen. Und wer war das jetzt? Da hat eben noch ein anderer gegrunt. Ja, das ist geil, ey. Die kriegen so direkt einen mit, dass sie immer gestunt werden. Ey, Hammer, ey. Das tut mir ja auch leid, dass ich dich immer nicht mochte. Du bist geil, ey. Da hat doch eben noch was gegrunt. Da hat doch eben aber noch was gegrunzt. Ich trinke nicht mehr viel. Ich hau mir jetzt die Buddel rein hier. Nur 76 Ausdauer. Alles nicht so schön. Aber wir haben die Küche erreicht. Naja, nehmen wir ein paar Vitaminpillen. Ah, da ist schon das erste Futter. Sumi. Na toll, Alter. Dose Chili, Alter. Ist das dein Ernst? Ähm. Irgendwas kommt auf jeden Fall. Oh, da ist wieder eine Dose Futter. Sehr gut. Acid. Mikrowelle, was drin? Nö. Okay. Dort nach oben Schränke. Ey, Game, ich brauch mehr Futter. Sind die schon hier oder sind die unten? Der ist auf jeden Fall hier. Schnellste ist weg hier. Bevor ich eingekesselt werde. Das ist mit der Ausdauer mit dem Hammer ist natürlich übel. Der, einfach immer den linke Maustastenschlag nehmen. Da ist das besser. Der ist auch gleich kaputt. Mal testen. Geht er mit Style hin zu reparieren? Joa, sicher. Ich geh noch mal rein hier. Aber warte mal. Du zieh'n die EG? Äh. Erst mal die rein. Denn die rein. Mal züppeln. Da können wir gleich noch eine von trinken. So, haben wir schon wieder 10 leere. Die können wir dann auf dem Rückweg gleich wieder auffüllen. Ah, ich will zumindest, äh, diesen einen Raum noch klar machen. Geil, der hat sich da richtig hingekniet, Alter. Das finde ich ja cool. Kriegst du noch ein? Kriegst du noch ein? Kriegst du noch ein? Kriegst du noch ein? Bäm, Alter. Noch ein auf. Bäm. Und Bäm. Oh, jetzt hat er mich erwischt. So eine Drecksau. Ich hab mich wieder erwischt. Alter. Ist mit dir nicht richtig. Ja, wir haben ein bisschen Panik gehabt. So, den Raum nach oben gönnen wir uns noch. Und dann wär's das mit dieser Folge. Aber den machen wir noch klar. Oh, ist ja alles schon offen. Und leer. Kann's doch nicht sein. Da ist nichts. Hinterm Bild. Und nichts. Hier. Ö, nö. Warte mal. Da. Naja, immerhin wie denn Wasser? Oh, oh, da kommt die nächste. Oder der nächste. Du wiegst du, Alter. Du bist aber richtig schnell, ey. Dreck sagt. Was für ein Penner. Was ist das für ein Kackhaus? Hier gibt's kaum was zu looten, ey. Das ist doch scheiße. Aha. Da haben wir wieder was gefunden. Wieder Munition. Da ist nüscht's. So. Das nächste Stockwerk. Das nehmen wir uns dann in der nächsten Folge vor. Ich hoffe, ihr hattet ja ein bisschen Spaß. Und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Also bis denne und ciao. Tschaui. 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 Tschaui.